0800-664-2412 Genau, 0800-664-2412, das ist noch der analoge Weg, um zu spenden. Und neben mir habe ich Hannes Auer stehen und der hat nämlich einen neuen Weg gefunden, wie man spenden kann. Sie sind ja der Initiator von Feuro e-Donation. Was ist das jetzt genau? Ich darf im Namen der 3000 Trafikanten Österreichs heute einen vollkommen neuen Spendenweg vorstellen. Und zwar bieten wir unseren Kunden österreichweit seit zwei Wochen die Möglichkeit, bei uns in der Trafik direkt an Licht ins Dunkel zu spenden. Das Besondere daran ist, dass 100% der Spende direkt an Licht ins Dunkel weiter überwiesen werden. Und der Kunde erhält bei uns im Geschäft diesen Beleg, der natürlich auch als Geschenk geeignet ist, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Und es freut uns, dass wir diesen neuen, innovativen Weg anbieten dürfen. Herr Auer, herzlichen Dank für diese Idee, herzlichen Dank auch für Ihre Unterstützung. Sehr gerne. Danke sehr. Falls Sie heute dann keine Trafik mehr finden, die offen hat, in der Sie spenden können, Sie können natürlich weiterhin anrufen 0800-664-2412 oder Sie gehen online auf lichtinsdunkel.of.at und spenden dort. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020